Schauen wir uns noch diese beiden an. Megan Duhamel, Eric Redford aus Kanada. Denn es sind die Weltmeister, die zweifachen Weltmeister zweimal in Folge 2015 und 2016. Haben sich zum Teil fulminant gut präsentiert in dieser Saison. Sagen auch, dass sie eigentlich gut vorbereitet in dieses Kurzprogramm gestern Abend gingen. Aber dann passierten doch einige Fehler und die wollen wir uns näher ansehen. Ihre Musik von Seal Killer. Als einer der wenigen Paare auf der Welt zeigen sie eine Höchstschwierigkeit an einem Einzeldreifachsprung. Nämlich den dreifachen Lutz nebeneinander gesprungen. Hier sollte er kommen. Kleiner Fehler bei Megan. Sie haben es gesehen. Hand auf dem Eis. Und dann haben sie überlegt, was machen wir. Den dreifachen Wurf Axel, ein extrem schwieriges Element, bei dem sich Aljona ja zuletzt verletzte. Oder doch umstellen. Aber sie blieben dabei. Völlig schief in der Luft, keine Chance. Völlig schief in der Luft, keine Chance. Völlig schief in der Luft, keine Chance. Untertitelung des ZDF, 2020 Das hatten sie sich ganz anders vorgestellt, Megan Duhamel und Eric Redford, die amtierenden Weltmeister, nachträglich Happy Birthday für Megan Duhamel, die gestern 30 wurde und das war nicht das Geschenk, das sie sich erhofft hatte. Und sie haben diskutiert nach dem Kurzprogramm und Eric hat als Zitat wortwörtlich gesagt, wir müssen uns nach diesem Wettkampf überlegen, ob es sich lohnt, dieses hohe Risiko zu gehen, diesen dreifachen Wurfachsel zu machen. Denn es ist ein hohes Risiko, aber es wird trotzdem, wenn es gelingt, nicht so hoch belohnt. Also da wird überlegt, wie bei allen anderen Paaren und das ist vielleicht auch eine Anregung an Aljona Savchenko und Bruno Massot, die sich ja bei diesem dreifachen Wurfachsel verletzt haben. Lohnt es sich wirklich, dieses extrem hohe Risiko zu gehen, schon im Kurzprogramm? Vor allem bei Aljona und Bruno, dann ja auch der vierfache Wurf, Salcho und auch sie haben ihr vierfache im Programm. Der dreifache Lutz, ja sie stand eigentlich gut in der Luft, da hat vielleicht die letzte Konsequenz nur gefehlt und hier der Axel, der war schon ganz schief in der Luft und da hatte sie keine Chance sauber rauszukommen. Insgesamt gab es für diese Kür nur 71,44 Punkte, das ist ja gute sechs Punkte von ihrer Bestmarke entfernt und deshalb liegen die amtierenden Weltmeister nur auf Rang drei. Wir verlassen mal hier das Kurzprogramm, gehen jetzt live rüber in die Halle.